Der größte Vorteil, was ich über euch bekommen habe, ist neue Kunden, die ich vorher nicht hatte. Mein Name ist Lenk von Möbel Lenk in Zwickau. Wir betreiben seit 1910 in fünfter Generation ein Möbelhaus und bieten dem Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küchen, Anbauwände und dergleichen alles an, was in eine normale Wohnung reingehört. Neu für uns war komplett das Facebook-Thema. Man tut Facebook als Konsument nutzen, aber nicht auf der anderen Seite als Verkäufer oder um Kunden anzuwerben. Wir sind durch eine Empfehlung aufmerksam geworden auf die AAM-Beratung. Der Prozess des Beratungsgesprächs war für mich sehr interessant, weil mir viele neue Sachen angeboten worden sind, von denen ich vorher nichts gehört habe. Allein schon durch die Empfehlung hatte ich einen guten Eindruck von euch bekommen. Dann hieß es einfach mal ausprobieren. Und wir haben schon viele Kunden über sie generiert bekommen, also sei es Küchenkunden oder Polzermöbelkunden. Und wenn wir das noch weiter forcieren können, hätte ich nichts dagegen. Der Grund, warum wir zu euch gekommen sind, war größtenteils einfach die Empfehlung. Also man schaut dann gar nicht mehr groß weiter umher. Also vieles wird ja aufs Internet ausgelagert. Und man weiß ja gar nicht mehr, warum der Kunde eigentlich. Also ich glaube, der Kunde weiß selber nicht, warum er dann die Entscheidung trifft. Und das ganze Drumherum, also AAM-Beratung unterstützt uns halt, dass der Kunde auch bei uns zu uns kommt, zum Abschluss zu machen. Weil man hat ja viele Ströme, also ist es Fernsehwerbung, Großflächenplakat, Radiowerbung, ist es Zeitungsanzeigen. Also welcher Kanal trifft jetzt hier die richtige Entscheidung? Und am leichtesten hat man halt das übers Internet und übers Handy, weil das Handy hast du immer am Mann. Und der Kanal wird in Zukunft schon weiter forciert werden von uns. An der Dienstleistung hat mich am meisten überrascht, dass man den Kunden nicht gleich vor den Kopf stößt, sondern Fragen an der Hand bekommt, dass man den Kunden dann letztendlich auch zum Kaufabschluss bekommt. Also wenn ich euch jemand anderes empfehlen würde, würde ich sagen, die AAM-Beratung ist auf den aktuellen Stand. Und wenn der Lernprozess abgeschlossen ist, hat man eine gute Betreuung hier und ich werde es auf jeden Fall weitermachen. Und wenn der Lernprozess ist, hat man eine gute Betreuung hier und ich werde es auf jeden Fall weitermachen.